also dragon monday heute etwas stressig für mich weil ich den ganzen tag jetzt damit beschäftigt war den dragon monday vorzubereiten und das ist natürlich immer ein bisschen ein bisschen stressig wenn man das direkt an dem tag machen indem man es hochladen oder veröffentlichen möchte ein bisschen schwierig aber wir kriegen das schon irgendwie hin es kann sein dass ich ein paar kleinigkeiten noch während des streams aktualisieren bzw verarbeiten muss ich weiß nicht ob ich jetzt alles da habe aber ich habe auf jeden fall zumindest schon mein skript vorbereitet ich habe schon mal meine videos aufgemacht ich habe schon mal alles so weit